hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal challenge break mit chrissy shaming und wow wenn du jetzt nur mal shaming suchst dann wäre es aber es war gerade so schön angenehm aber jetzt fängt er wieder an angenehm letzte folge für die aufnahmesession 88 folge junge die zeit vergeht einfach zu krass weil die neunzigste er ist bald finale ich mach dich fertig zwölf folgen dann auf alter junger zwölf folgen noch was sagen sie sonst so was machen sie so was haben sie noch vor an projekten zu machen scheinbar außerhalb von außerhalb von den projekten was man gerade geplant haben aktuell steht noch nicht so viel wenn ich mal mehr zeit hätte wie du sagst dann würde ich mal gerne mal ein paar random games einfach mal gucken gleich noch mal ein paar multiplayer random games wie dir zum Beispiel mhm das wäre geil wenn ich die zeit mal zu finden würde würde ich ja gerne mal mehr konnte ich mal aber das finde ich auch nie aber warte mach ich was krass Ja, der Kollege ist gerade was trinken holen gegangen, aber bei mir ist extrem heiß, ich habe aber leider gerade nichts zu trinken da, deswegen So sorry, ich muss immer noch was trinken holen, ey Ja, ich habe leider nichts da bei mir, deswegen Das hätte ich auch schon was getrunken Aber die paar Minuten holt ja noch was Sicher? Jo Okay, ich bin stolz auf dich So, 40.000 Liter sind hier noch drin, 30.000 37.000 53.000 gehen hier rein Ja, das passt schon, kriege ich einen voll sogar So, dann seien wir jetzt fertig mit uns sehen, wenn wir jetzt düngen wollen Düngen Alter, es ist zu heiß Joa, was hast du, Alter, kauf dir die Klima, das ist auch so viel Geld Junge, was sollst du so rum, Alter, ich habe kein Klima und wenn es hier heiß ist, rutscht mir der Schweiß bis in die Ritze, Junge Das ist doch so, Alter, der Kollege, guck mal kurz zu mir, bitte Was machst du denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Junge, fuck lag Junge, ich habe starker Bauern und kann das Ding hier hochheben, was ist das für eine Scheiße? Ja. 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 Auf. Kein Problem. Ich war schon immer ein starker. Aber. Ja, Chrissi. Ganz stark. Ganz stark. Jetzt hat er doch am Lauf. Alter. Ja, er muss aber auch wieder los. Wo ist denn Egger wie vorhin mal? Ja, da ja. Diese kackleine Börge, Junge. Geht doch. Wah, Alter. Es liegt. Herr Kollege. Hallo. Ich bin schon wieder oben. Wow. Er lässt Profi. Was ist denn los? Hilf mir mal bitte. Warum? Ich habe zu tun. Mach starker Power bitte an. Hört auch an. Nein. Ich hab mir das ausgemacht. Sehr zu sein. Dankeschön. Jetzt sieht es wieder aus. Hä? Warum bist du bei mir zweimal da? Weil ich es kann, Bruder. Bin ich immer noch zweimal da? Nein, jetzt nicht. Danke. Ja. Das war creepy. Ich bin wieder zurückgerufen. Warum? Warum? Ist das so schlimm, ich zweimal da bin? Ja. Zwei schöne Geschöpfe. Hoffen wir ja. Einer reicht auf jeden Fall. Stimmt. Ansonsten verbrenne dich ja die Schönheit. Boah. Jetzt rückt diese Lupe in mir. Alter. Die haben ein Fahrzeug. Bist du ein Moped? Bist du ein Moped? Ha. Digga. Du bist auch ein Moped, Alter. Was haben die denn für ein Moped? Äh. Fährderband. Für meine 500k Silage wegbringen. Haha. Äh. 500k ist witzig. War es witzig? Ja. Wieviel haben sie denn gehabt? Auch 500k. Wenn nicht mehr. Da haben wir ein bisschen Gülle verkauft. Läuft bei mir. Das war's für heute. So, da la. So, da la. So, da la. So, da la. so die leute 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 und fz 100 jungen gibt es nicht ich weiß Das war schon. Äh. Entschuldigung. Ja. 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 Hä. Ja. Ich werde schnell das Wetterband hier runterziehen. Warte kurz. Wie ein Takt oder was. Ja. Barra spotten Sie kurz So delay Was für eine Frage, welches Kilo-Sman ist dann bei Ihnen? Nee, da da. Das da hinten. Ja, würden Sie es da noch hinfahren, weil wir haben ein paar Aufträge und so. Jo, Herr Kollege, was geht bei Ihnen so? Nicht Scheiße aufladen. Also nicht Scheiße, Silage aufladen. Also von mir aus könnten Sie einmal das gedönste Tune. Welches? Was können wir tun? Das Ding da. Das Förderband. Da kann ich nichts anfangen. Da kann ich nichts anfangen. Da kann ich nicht anfangen. Da kann ich nicht anfangen. Da muss ich anfangen. Ach Jo... So schnell geht der Silo mal leer. Hä wo ist mein Besen? Ach hier hinten. Och ne. Ey wer hat den... Wer war so dumm und hat den genau an den Trigger gepackt? Ey alter. Tirol kann doch kein Mensch sein. So das passt, das passt, das passt, das passt. Die Kosten für das Fahren und Aufladen das wären einmal 5500. Ja überwiegend, so weiß ich nicht klar. 5500 ist richtig. Jep. So perfekt. Danke, tschüss. Kein Problem, tschüss. Kein Problem, tschüss. So. Dann wird jetzt Geschwaden. Endlich wird der Case mal im Zelteinsatz getestet. Uiuiui. Oh ja, Riesen-Einsatz. Oh ja, Riesen-Einsatz. Ganz gut. Komplett ausfahren ist scheißegal. Paschal hier in die Frisse rein. Das ist direkt Rellschwein, nein. Boah, Alter, das sind Schwein, Junge. Alter, Futter. Ah, grüß dich, wie läuft das Aufladen? Ganz gut, er ist gerade beim Aufladen beim ersten Hänger. Was willst du eigentlich mal anfangen zu mähen, Junge? Jetzt dann, wenn mein Silo leer ist. Wow. Hier steht der K-Side, gefühlt eine Stunde, da rum und wartet noch mal eine Stunde, bis es losgeht. Buma ist ein schönes Gerät, muss man es mal ehrlich sagen. Wie finde ich süß? Buma ist ein schöner Fester. So, der Herr Kollege ist noch immer beim Aufladen. So schnell geht das Geld, Alter. Geht auf jeden Fall schon mal 500 Mal schneller als bei mir, wo wir das mit der Schaufel gemacht haben. Boah. 500.000. So, meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch die Aufnahme, weil wir ihn gut und lasst so gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut es gerne beim Herrn Kollegen vorbei und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.